Liebe Freunde, ich bitte euch, die Bedeutung dieses Videos nicht zu unterschätzen. Er bringt eine göttliche Botschaft mit sich, die ihr Leben tief berühren wird. Ich flehe sie an, bis zum Ende zu bleiben, denn darin liegt eine Botschaft direkt aus dem göttlichen Herzen, die bereit ist, ihren Tag zu segnen. Bevor ich fortfahre, bitte ich Sie, ein Like zu hinterlassen. Ihre Aktion wird dazu beitragen, dass diese Botschaft mehr Menschen erreicht. Abonnieren Sie außerdem unseren Kanal und aktivieren Sie Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass Sie in Zukunft noch mehr aufmunternde Inhalte wie diesen erhalten. Gott spricht, mein lieber Sohn. Heute möchte ich Worte der Liebe, der Heilung und des unerschütterlichen Glaubens weitergeben.